Was für ein Sound! Ich wette, der ein oder andere von Ihnen fühlt sich zurückversetzt in die 80er, wo man mit der Liebsten oder dem Liebsten mit so einer Maschine durch die Gegend geknattert ist. Die Simson. Die ist ja wirklich Kult. Aber nicht mehr ganz zeitgemäß. Und genau das ändern wir heute. Bisher läuft ein Moped wie dieses mit Benzin und ist zugegeben nicht wirklich umweltfreundlich. Doch das soll sich heute ändern. Möglich macht das Feiko Weih aus Schweiner in Thüringen. Er hat hier eine Werkstatt für motorisierte Zweiräder. Also Feiko, das fetzt schon. Das macht Laune, ne? Das macht Laune. In einer alten Pfeifenfabrik liegt das Reich des Maschinenbauers. Und das Besondere ist, hier in dieser Werkstatt, der Feiko repariert und tüftelt nicht nur an alten Mopeds rum, sondern die kriegen auch einen Elektroantrieb. Feiko, erzähl mal, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Also ich nicht alleine, das waren wir zu zweit. Mein Neffe aus Baden-Württemberg und ich. Ist das der Neffe? Das ist mein Neffe, genau. Hallo. Hallo. Ihr zusammen hattet die zündende Idee zu sagen, das machen wir jetzt. Genau. Also Benjamin hat irgendwann mal angefangen und hat diese kleinen chinesischen Roller versucht umzubauen auf Elektroantrieb. Also ich bin Lehrer in Baden-Württemberg an der Berufsschule und dort haben wir eben das neue Thema Elektromobilität aufgreifen müssen. Da war für mich die Frage, wie kann ich Schüler motivieren, dass sie sich für das Thema interessieren. Und da habe ich mir gedacht, na ja, so ein Roller, so ein Moped, umbauen auf Elektroantrieb. Da hat man dann was in der Hand und kann dann auch spüren, was es heißt, elektrisch zu fahren. Du hattest die Idee und dann hast du dir gedacht, Mensch, das können wir doch auch für die Simson machen. Simson machen. Ganz genau. Die Mopeds, die in Feikos Werkstatt kommen, sind über 40 Jahre alt und werden seit 1980 nicht mehr produziert. Weil die Maschinen sehr robust sind, eignen sie sich gut für den Umbau. Das heißt, so eine Maschine kriegt von dir einen Elektroantrieb. Was genau bleibt denn, was wird umgebaut und was kommt richtig weg? Weg bleiben tut nachher der Verbrennungsmotor. Das Hinterrad wechseln wir gegen ein Hinterrad mit Radnabenmotor. Den Auspuff brauchen wir nachher nicht mehr. Gangsschalten? Nein, eine Schaltung in dem Moment gibt es auch nicht mehr, weil wir in dem Herzkasten nachher die Steuerung haben. Und da hängt ein Gaspedal quasi mit dran. Und das tauschen wir dann aus gegen das vom Verbrennungsmotor. So ein Simson-Moped hat Feiko zerlegt und alle Teile für den Umbau vorbereitet. Und Feiko, du bist dir sicher, dass wir das zusammen schaffen, dass ich da die richtige Frau für bin? Ich habe mir zumindest extra schon mal so ein bisschen so eine coole Rocker-Kluft angezogen. Deine Arbeitsbekleidung ist spitzenmäßig und ich habe mir schon immer gewünscht, mit so einer hübschen Frau so eine Muppe zu bauen. Nein, ach du alter Schamör, dann lass uns anfangen. Und vielleicht schaffen wir ja noch eine Spritztour, wenn wir fertig sind. Das muss sicher sein. Rund 75 Prozent der Teile sind original, der Rest neu. Wie Feiko das alles zusammen bekommt, sehen Sie nach dieser Erfindung. Zurück in der Werkstatt im thüringischen Schweiner. Feiko Wey verpasst gemeinsam mit Henriette einem Simson-Moped einen Elektroantrieb. Die Rahmenteile hat der Tüftler von einer alten Maschine aufgearbeitet. Einige Teile aber sind ganz neu, wie der Lenker. Doch nicht, weil der alte kaputt war. Wir brauchten einen Lenker, der die TÜV-Zulassung hat, wo aber alle Komponenten drauf passen. Also wir haben ja jetzt hier eine Scheibenbremse dran. Wir brauchen die Armaturen für Aufblenden, Abblenden, für Blinker. Und wir brauchen aber auch noch den Einschaltknopf für die eigentliche Elektronik. Der normale S50 Lenker ist hier von diesem Schenkel her ein bisschen zu kurz. Und da passt das alles nicht drauf. Und dann haben wir so lange gesucht, bis wir den jetzt gefunden haben. So, du hältst jetzt bitte den Lenker hier. Ich komme mal zur anderen Seite. Dieser Umbau ist der zweite, den Feiko bei einer Simson S50 für einen Kunden macht. Das Moped hat fast 40 Jahre auf dem Buckel, zumindest entscheidende Teile davon. Etwa 50 einzelne Elemente müssen Henriette und Feiko jetzt zusammenfügen. Da gilt es, den Überblick zu behalten. Jetzt muss man erst mal wissen, wo kommt welches Teil hin. Ja, gut, ich bin ja vom Beruf Maschinenbaumeister. Und in so einem Moped steckt eigentlich eine gewisse Logik. Und wenn man das gelernt hat, dann fällt es einem mit Sicherheit relativ einfach, dann auch die Abfolge zu verstehen, was man als erstes machen muss. Und wenn man es natürlich zwei, dreimal gemacht hat, dann weiß man grundsätzlich eigentlich dann schon, was sich am besten zu welchem Moment quasi montieren lässt. Nach rund einer Stunde ist der Grundrahmen fertig. Bei einer herkömmlichen Simson würde Feiko jetzt den Zweitaktmotor einsetzen. Doch beim E-Modell kommt an diese Stelle ein Batteriekasten. Hast du den selber zusammengeschweißt oder wo hast du den her? Den habe ich quasi selbst konstruiert und zusammengeschweißt. Weil der muss im Prinzip hier hinten genauso geartet sein wie der eigentliche Motor. Weil wir die Motoraufhängung, die wir ja schon haben am Moped, quasi benutzen wollen. Und dann haben wir das halt auch so gelöst, wir brauchen hier den Schwerpunkt. Genau da, wo der Motor gesessen hat. Und da setzen wir auch den Batteriekasten hin. Wie lange hast du gebraucht, um das zu entwickeln, dass es die Größe hatte, die Form, dass es funktioniert? Also das ist bei mir meistens so, ich muss da immer eine Nacht drüber schlafen. Und meistens kommen mir die Ideen dann immer nachts und dann funktioniert das auch noch. Du versuchst es jetzt mal zu heben, dass es nach oben steht. Das Vorderrad ist ein Standard-Simpson S50-Teil. Interessant wird es beim Einbau des Hinterrads, denn da steckt jetzt der Elektromotor drin. Jetzt müsste vielleicht der Benjamin noch mit dazu kommen. Benjamin! Hallo, der ist das? Ja, bravo. Da bist du. Ja, ich bin da. Jetzt wird es ein bisschen knifflig. Genau. Weil wir den Radnabenmotor einbauen müssen. Der Radnabenmotor hat mit 4 PS etwas mehr als der Motor beim Benziner. Gefunden haben die Tüftler ihn bei einem Händler aus China. All die gekauften und selbstgebauten Teile mussten am Ende zusammenpassen. Eine Herausforderung für die Bastler. Dann war dann die Batterie nicht passend zum Steuergerät oder der Motor nicht passend zur Batterie. Wie auch immer, das hat selten gepasst. Das war wirklich ein Marathon. Das hat wirklich lange gedauert. Sind eure Mopeds dann eigentlich auch TÜV geprüft und abgenommen? Ja, also wir gehen, wenn alles fertig ist, gehen wir zur DEGRA und lassen auf die Typenbezeichnung noch mal ein Erstgutachten machen. Also bei dem ersten Moped hat das auch anstandslos geklappt und ich denke, dass es bei dem auch wieder klappen wird. Und haben die da nicht auch erstaunt geguckt, was du da gebastelt hast? Also die waren begeistert, muss man ganz ehrlich sagen. Also die waren froh, dass mal jemand kommt, der quasi ein Moped präsentiert, was eigentlich nicht mehr irgendwie noch bemängelt werden muss oder wie auch immer. Nach dem Motoreinbau kann Feiko den sogenannten Herzkasten einsetzen. Darin sitzt die Elektronik. Alles, was für Blinker, Scheinwerfer, Hupe und so weiter gebraucht wird. Auf der anderen Seite installiert Feiko die Elektronik, die für den Antrieb zuständig ist. Hier ist vor allem eines gefragt. Fingerspitzengefühl. Das ist halt sehr, sehr knapp bemessen. Also wir hatten großes Glück, dass wir die Steuerung komplett in den Herzkasten hier reingekriegt haben. Da musste man ein bisschen was wegschneiden. Das heißt, hier habt ihr also auch dran gearbeitet. Was war denn da früher drin? Also normal ist in dem Herzkasten eigentlich nur die Batterie und natürlich auch die Ansteuerung für Blinker. Dann zusätzlich ist noch die Luftfilterpatroule drin. Aber das brauchen wir ja jetzt alles nicht mehr. Jetzt wird es knifflig. Feiko muss die Kabel verlegen und anschließen. Hast du das nicht das? Ich habe mir so einen Schaltplan gemacht. Darauf hat er notiert, wo welches Kabel hingehört. Und auf einmal wird es in der Werkstatt immer ruhiger. Okay. Ist jetzt der Punkt gekommen, wo du nicht mehr reden kannst? Ja, jetzt muss ich mich auf das Ganze konzentrieren hier. Ich weiß, Frauen können beides. Denken und sprechen. Denken und sprechen. Ich hoffe, dass du das auch weißt. Parallel. Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Sind alle Kabel angeschlossen, fehlt noch die Batterie. Auch die ist eine Besonderheit. Und die sind auch noch nicht gut. Benjamin zeigt warum. Er hat sie selbst gebaut. Aus vielen kleinen Zellen, wie sie in Laptops, Telefonen, elektrischen Zahnbürsten oder Rasieren zu finden sind. Und die haben wir extra alle aus alten, unbrauchbaren Geräten rausgenommen. Und haben sie quasi hier gebündelt. Also das ist recycelt auch noch? Genau, ja. Also es ist ja immer die Thematik am Lithium-Abbau ist auch nicht gut für die Umwelt. Und das ist immer so ein Totschlagargument gegen die Elektromobilität. Und hier wollten wir einfach zeigen, dass man auch die Batterie noch recyceln kann. 48 Volt liefert der Block. So viel wie herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus. Darüber setzt Feiko jetzt noch eine Abdeckung. Die soll vom Design her ein bisschen an den ehemaligen Motor erinnern. Den Tank montiert der Tüftler dort, wo er vorher auch war. Doch er hat ihn etwas umfunktioniert. Wie viele Liter haben da ungefähr reingepasst? Na, so circa 8,5, 9 Liter ungefähr. Wie weit ist man damit gekommen? Ich sage vielleicht maximal 300 Kilometer. Also mit Sicherheit kommt man weiter als mit einer Batterieladung. Wie weit kommt man mit einer Batterieladung? Na ja, so 60 Kilometer. Aber ich hätte ja die Möglichkeit auch noch eine zweite Batterie mitzunehmen. Dann sind wir schon bei 120. In dem Tank ist jetzt auch etwas Stauraum, in dem man zum Beispiel das Ladegerät mitnehmen kann. Darüber lädt man die Batterie ganz normal über die Steckdose. Als i-Tüpfelchen schraubt Henriette am Schluss noch eine Original Simson Zündkerze ein. Nur für die Optik und ein bisschen zweitakter Feeling. So, fertig. Sieht sehr schön aus. Ja, schick ist geworden. Ob auch alles an dem umgebauten Moped funktioniert, sehen Sie nach dieser Erfindung. In der Schauberwerkstatt in Thüringen ist aus einem alten Simson Zweitakter ein modernes E-Moped entstanden. Wenn Feiko Wey und seine Helfer beim Aufbau nichts falsch gemacht haben, sollte jetzt alles funktionieren. Rechts, links. Funktioniert. Gib mal Gas. Und jetzt machen wir eine kleine Spritztour. Genau. Ja? Wir zwei? Auf jeden Fall. Na dann los. Ja. 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 Das ist so toll. Ja. Mit 4 PS ist die e-Simson leistungsstärker als das Benzin-Modell mit seinen 3,6. Zudem ist sie abgasfrei und fast geräuschlos. Das hat echt Spaß gemacht, Falko. Die geht ab wie Schmidts Katze und es stinkt nicht. Wie war es für dich beim Fahren? Ich bin immer wieder entspannt. Keine Geräusche, nur das Wind, was man am Körper spürt. Traumhaft. Wir cruisen noch ein bisschen durch Thüringen und genießen die Abendsonne.